Noch eins? Ne. Uah! Digger! Neeeeeicht dein Ernst! So, meine lieben Zuggucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 107. Ach, wir sind im Ash Fusion und müssen der Bruderschaft in den Arsch treten. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Und sie liegt. Und du lässt Flocke in Ruhe, Alter. Sag mal! Na! Oh, das war ein schöner Schuss. Und wir müssen uns schnell verpissen, bevor ich hier... Uah! Uhuhuhu! Knapp war's. Ja, ich hab ne Granate. Und da! Fresst! Okay, die Granate explodiert nicht aus Gründen. Warum explodiert die nicht? Oh Gott, die macht ja gar keinen Schaden. Ach, du Scheiße. Ähm, dein Laser. Ja, der ist weg. Alter! Den Helm nehmen wir noch mit. Oh Mann! Alter! Das ist doch... Das ist doch nicht wahr! Was passiert hier gerade? Das war definitiv nicht meine Obsession, dass das so passiert. Scheiße! Ich glaub, die Bruderschaft ist sauer auf uns. Was haben wir denn hier? Produktentwicklungsterminal, okay. Was geht hier? Intramail. Katie, ich wollte dir nur mitteilen, dass ihre Arbeit am Beschleuniger von unschatzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich hab sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit, irgendwie cool. So, dann noch eine Mail. Katie, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte ihrer Komposite-Legierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollten, sagen sie es mir. Und dann haben wir jetzt noch hier... Sie wirken Wunder, Katie. Die Graphen-Komposite-Abschirmung war die letzte Komponente, die für die Betriebnahmebeschleunigers noch gefehlt hatte. Und sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Wieder einmal eine großartige Arbeit. Wenn sie so weitermachen, sind sie nun Entwicklungsleiterin. Ach, guck mal einer an. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Und wir kriegen hier Red irgendwie aus Gründen. Keine Ahnung. Das können wir aufmachen. Ach, ist das scheiße. Ist das nervig. Mich nervt das so krass, dass wir jetzt gegen die Bruderschaft sind. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich kann mich da jetzt auch nicht mehr drüber aufregen. Das wird im technischen Dokument, glaube ich, kann ich jetzt auch haken. So. Dann machen wir mal hier die Tür auf. Experte. Komm, das kriegen wir doch easy auf, oder? Na, so halb zumindest. Ah, bap, 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 bap. Komm her. Ah. Das müsste passen. Oh, fuck. Scheiße. Na. Nein. Aber hier. Na, komm, ein Stückchen noch. Och, Digga. Digga. Na, also. Wie schön. Das ist ein Scheiß. Jetzt müssen wir hier runter wahrscheinlich. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir hier runter müssen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir werden uns mal ganz kurz heilen. Das ist jetzt die Frage, wo muss ich denn hin? Also. Ach, da oben. Komme ich da so hoch, ja? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch. Ja, wir sollten bei der Shotgun bleiben. Die ist eigentlich ganz nice. So, was haben wir hier? Das müsste funktionieren. Okay, perfekt. Ach, was haben wir hier? Safe. Oh, das sah... Ach, kacke. Das sah aber gut aus. Na, ein Stück noch? Ne, aber hier vielleicht. Oh, das war gut. Cool. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das bleibt so, wie es ist. Okay. Ich weiß, dass hier irgendwo... eine ultra gute Rüstung sein sollte. Frage ist jetzt, wo diese Rüstung ist. Weil deswegen wollte ich ja eigentlich hier in das Fusion gebumse. Weißt du? Unkomisch. Bingo. Energiewaffen für Ursache. Geil. Nehme mit. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall. Wir werden hier wahrscheinlich nochmal rein müssen. Wird sich leider nicht... Ach, da ist wegen dem Dingsbums. Okay. Ich kann jetzt den Aufzug verwenden, oder was? Wo ist der Aufzug? Hä? Ach, hier. Da. Ah, kacke, ey. Ach ja, siehste mal. Siehste mal. Da, alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, scheiße. Ohohoho, Digga. Absolut in die Fresse geschossen. Noch einmal. Scheiße. Ja, weißt du was? Ich zeig dir die Verstärkung. Boah, fuck, Alter. Wir müssen ja auf jeden Fall was essen. Wo ist, wo ist unser Stuff? Marblewurfs haben. Hoppala, das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Äh, hier. Das nehmen wir noch mit. Wo bist du? Hier bist du. Nichts verdammt. Tschüss. Sehr gut. So, dich will ich noch looten da unten. Wo bist du? Hier. Schrotpatrone ist immer gut. Ist immer auch mit. Huh. Wo ist der? Wo ist der Typ? Ich hab dich doch grad noch gesehen da oben. Anwärter. Anwärter. Anwärter für die Bruderschaft. Ehrlich. Mach's gut. Okay, der ist weg. Da haben wir noch einen oben. Wo bist du? Du warst doch eben noch da, oder bist du runter? Da. Da bist du. Hey, Obergeletter. Was war das? Und tschüss. Noch einer? Wo denn? Ach, hier. Und das war's. Danke, Flocke. Das hat mir sehr geholfen. Ist hier noch eine? Ne, ich glaub, das war's jetzt. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Fuck! Sollten wir auf jeden Fall erst noch was essen. Die grillten Dingsbums nehme nicht. Haben wir es denn hier? Das Milok Steak ist zu groß. Das nehme ich. Nice. Nice. Ach, wir können hier. Ach, guck mal. Ah, guck mal, wir können hier noch weiter. Wir werden, wie gesagt, noch mal in die Mesh Fusion reingehen. Und diese Rüstung suchen. Ich weiß jetzt nur gerade noch nicht, wo die ist. Ich hab da einen TikTok gesehen. Und wir werden da noch mal reingehen. Und dann werde ich euch das zeigen. Vielleicht am Ende des Parts. Vielleicht auch am Anfang des nächsten. Schauen wir mal. Oder je nachdem. Gucken wir einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt, weil die Bruderschaft uns in den Arsch tritt. Oder ist es vielleicht sogar hier? Oh ja. Oh ja! Tatsächlich. Der sieht wirklich gut aus. Okay. Dann gehen wir doch mal. Sonst noch irgendwas? Wir werden hier auf jeden Fall alles mitnehmen und bluten, was geht. Da hinten ist auch noch eine Tür. Die werden wir mal aufmachen. Ah, das ist egal, wo wir lang gehen oder was. Okay. Haben wir hier noch irgendwo? Den können wir wahrscheinlich mitnehmen. Ja, das ist ja easy aufzumachen. Komm. Bam. Komm, wir hacken das Ding mal. So ein richtiger Hacker. Ah, scheiß drauf. Okay. Das hat ja super geklappt. Ich bin dafür jetzt einfach zu, äh, zu, äh, ja, ungeduldig. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Den lassen wir einfach. Den lassen wir einfach, wie er ist. Ist das sonst noch irgendwas? Ne, ist sonst nix. Dann gehen wir hier runter. Dann gucken wir mal. Hier ist noch ein Terminal. Krass, Alter. Hier ist... Stuff. Aufseherterminal. Das können wir auf jeden Fall... Komm, das hacken wir auf jeden Fall mal. Neither. Scheiße. Dieses gekackte Hacking. Aber das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann ist es wieder da oben und dann kriegen wir das. Oh, Moment. Das war... Es sei ja, es war drei. Was haben wir denn sonst noch? Das war's nicht. Aber komm schon. Da. Irgendwann haben wir's. Irgendwann haben wir's. Moment, das war... Returns. Warte mal. Das könnte sein. Das... Bin durch. Also. Okay, krass. Turmsteuerung. Das lassen wir hier so aus. Sicherheits-Türsteuerung. Tür schließen. Lassen wir auf. Fuck. Alter. Ist jetzt die Frage, ob die für uns ist. Ne? Intramail. Okay. Ah. Jetzt hab ich mich verdrückt. Gib mir eine Sekunde. Ich muss kurz nochmal was checken. So. Da bin ich wieder. Das, äh... Kurz wechseln. Hat doch ein bisschen länger gedauert tatsächlich. Äh... Eigentlich zwei Tage. Aber ich werd jetzt hier den Part trotzdem weitermachen. Es tut mir leid. Es kam einfach was dazu. Was haben wir denn? Wir sind doch immer in der Mesh-Fusion. Ich hab immer noch ein schlechtes Gewissen, dass wir die Bruderschaft platt gemacht haben. Aber okay. Was haben wir denn hier? Persönliche Intramail. Schattenteufel sucht nach einer sicheren Ecke und zieht seine beiden Schlangen bis Dolche. Er geht in die Hocke und sagt, Tamash. Hier stimmt etwas nicht. Was soll das denn sein? Intramail. Schattenteufel schleudert sofort sein Dolche auf die kriechende Form. Brück Ganda über dir, mein Freund. Ich hab eine 16 für den ersten. Was? Schattenteuerhandarmbrust. Ja, gut Gott. Okay, wir wollten hier auf jeden Fall weiter. Das wollten wir machen. Glaube ich zumindest. Wir wollten hier weiter und erstmal hier alles durchgucken. Guck mal einer schlau. Chemikalienanzug. Den können wir verkaufen. Oder vielleicht sogar pimpen. Also warum hab ich den nicht gepimpt eigentlich bisher? Was sagt denn eigentlich unser Inventar? Ich bin... Oh. Ich bin ein wenig... Ich hab ne Abhängigkeit. Scheiße. So. Toilette ist hier. Ja, tatsächlich. Guck dir das an. Geil. Das war auf jeden Fall so viel Stuff. Nice. Okay. Ellie. Lauf. Ellie, lauf. Warum ist denn meine Nase jetzt verschnupft? Oh geil, wie krass das aussieht. Wunderschön. Okay. Können wir das aufmachen? Nö, können wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir jetzt hier sind. Ähm. Also weit im Sinne von... Ja. Ob die Mission bald abgeschlossen ist. Ich hab echt keine Ahnung. Ich weiß... Nix. Telefon nehmen wir einfach mal mit. Bisschen Schrott. Warum nicht? Komm. Ganz ehrlich. Wir sind doch soweit gut aufgestellt. Wir nehmen einfach mal die ganzen Bums mit. Äh. Kameranwecker. Sind bestimmt ein paar Schrauben bei. Was haben wir hier? Kaffeetasse. Alsher damit. Den Scheiß. Den Scheiß. Oh. Guck mal einen an. Das nehmen wir auf jeden Fall erst mit. Ja. Nice. Okay. Dann können wir doch eigentlich runter, ne? Die waren damals wohl keine Experten in der Eindämmung der Strahlung. Die Werte sprengen fast die Skala. Ich beobachte die Dinge lieber aus der Ferne. Okay. Was? Flocke, was machst du denn da? Flocke, ist alles okay? Da... Okay, ist okay. Flocke, ich weiß nicht, was das jetzt war, aber... Mach das bitte nicht nochmal. Ah, hier haben wir uns Steuerungs-Dings. Intramail der Forschungsabteilung. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger-Diffusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Haben wir noch die Intramail. Ein, zwei Tage später. Gander zieht seine Dämon-Töter-Klinge aus der Schwertscheide und wartet, bis Tamash's Beschwörung birgt. Er achtet sorgfällig darauf, ob sich im Raum etwas bewegt. Alter, was ist das? Gander beherzigt Schatten Teufelswarnung und versucht, dem erwarteten Angriff zu entgehen. Gleichzeitig führt er einen mächtigen Hieb mit seiner Klinge aus. Ich hab wohl eine 18. Nicht schlecht. Spielen wir hier Pen & Paper oder was? Gander tritt von der Kreatur zurück, da er erkennt, dass die Höllenbrut aus reiner Magie besteht und seine Waffen nutzlos wären. Meine Freunde, Magie ist das Einzige, was dieser Kreatur der Finsternis aufhalten kann. Was diese Kreatur? Er kniet sich hin und spricht ein kurzes Gebet zu Boshla, dem Gott des Stahls. Alter, was zum Fick, man. Okay, was haben wir hier? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ordner brauchen wir nicht. Geh mal hier rein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas looten können. Wir können die Tür aufmachen. Nice. Oh. Ach, scheiße. Jetzt hab ich auch noch gespeichert. Fuck. Mhm. Okay. Okay, je weiter wir zum... Okay, juppie, yay. Holy fuck, alter, ich muss den Strahlenanzug anziehen. Ai, 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 ai. Ai, 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 dicker. Ich würde gerne runter in den Reaktor gehen und gucken, was hier so geht. Lass mal machen. Auch wenn wir wahrscheinlich dann drauf gehen. Ja, natürlich. Alter, ich seh einen Shit. Ich seh gar nix. Boah, ist das nervig. Gibt's? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ach so. Gehärtet. Nö, nö, auch nix. Hier vielleicht. Da vielleicht. Nö. Gibt's denn hier? Beschleuniger Behälter. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Let's go. Okay. Okay, okay. Den haben wir. Oh nein. Was heißt denn hier jetzt? Oh no. Scheiße. Wir dürfen uns davon nicht treffen lassen, ansonsten sind wir am Arsch. Befürchte ich. Ähm. Ja, komm. Oh. Scheiße. Park, 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 park. Oh, oh, oh. Ja, das war blöd. Wir sind halt einfach gerade ein wenig, ähm, ja, rüstungstechnisch am Arsch. Weil wir das Chemikalien-Dingsbums-Dingsbums anhaben. Aber gut, ich glaub, dann werd ich die Geschütztürme vorher platt machen. Wenn ich das, wenn ich das noch machen kann. Da oben sind die. Ja, das geht. Ah, Digga. Ach, das funktioniert nicht. Traumhaft. Okay, angenommen. Wir machen jetzt hier ein Darauf. Holen schon mal unsere Knarre raus. Oh Gott, das ist wirklich ein Schnellladeding. Krass. So, erstmal gucken, dass wir hier nichts lagladen müssen. Sieht aber eigentlich gut aus. Außer das Ding. Wunderbärchen. Dann hätten wir das nämlich. Und dann nehmen wir hier die Sniper. Die Sniper. Danke. Okay. Dann werden wir mal das Ding. Komm her. Na, komm. Thank you. Ja, ja, alles gut. So, so trifft mich das Scheißding nicht. Oh ja, das ist schon viel besser. Okay. Ah, doch, du triffst mich. Warum triffst du saumig? Naja, triffst du mich nicht so ganz. Ey. Oh, fuck. Ich vergaß. So, wir sollten uns mal ducken. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich mich ducke und ziele? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, ja, schießt du mal. Das ist kein Ding. Also. Okay, dann sollten wir schnell raus hier. Bevor wir hier noch mehr auf die Fresse kriegen. Ohne Scheiß. Weil das ist mir ein bisschen zu heikel. Kann ich hier einfach raus? Oder wo muss ich hin? Darf ich hier raus? Tatsächlich? Geil. So, dann können wir nämlich unseren Scheiß anziehen. Was ist denn? Gutes Ge... Gutes Einsatzgelehrten, krass. So. Ähm, das hatten wir. Da... Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Das nicht. Das hatten wir. Das hatten wir. Und das hatten wir. Und dann noch die Armeerüstung. Richtig? Äh, gutes Gelehrten. Nee, das hier. Ja, nice. Sieht doch gut aus. Wuh, dicker. Alter. Jetzt habe ich den Red verloren. Geil. Ja, dann macht das Ding auf. Oh nein. Oh nein. Ähm. Wo ist denn die Dings? Da bist du. Können wir gehen, oder? Oh, lecker. Noch eins? Nee. Oh, dicker. Nicht dein Ernst. Boah, dicker, alter. Das ist so eine Scheiße. So. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier mal ein bisschen Hilfe. Ähm. Machen wir denn jetzt unsere Super... Nee, das nicht. Das nicht. Das nicht. Das ist jetzt unsere... Das war sie nicht. Da ist er. Und die Hilfsmittel. Gern aber. Kleiner Sack. Und jetzt haben wir dich. Na also. Oh, da ist noch ein... Da ist noch was. Was schießt da? Meine Fresse, alter. Erstmal hier ein bisschen... Ein bisschen Stuff nehmen. Okay, der zuckelt sich hier so einen ab. Alter, ich dachte, warum geht noch was? Uuh, alter. Ganzen Schrott. Oh nein, nicht ein Aggressator. Oh no. Das sind die Kack-Gegner. Ja, das ist gut. Fuck, alter. Scheiße. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Boah, dicker. Schnell. Was nehmen. Wo haben wir es? Hier. So, komm her. Boah. Kleiner, sackiger Bärsack. Boah, dicker. Die waren stark. Die machen wir alle platt. Die haben wir alle platt gemacht. Gut, dass wir die Waffen so krass haben. Fuck. Noch ein Chemikalienanzug. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sind die hier noch mehr Gegner, oder was? Ja, hier das Ding da. Moment. Also, geht doch. Ich glaube, wir haben gut aufgeräumt, oder? Dann lasst uns mal hier nochmal kurz looten. Fuck, das war hart jetzt gerade. Das war wirklich hart. So. Dann gucken wir mal. Eine lütige Terminal. Ja, ja, bla. Alles gut. Komm, machen wir mal hier. Bin durch. Na, also. Safe-Steuerung. Machen wir auf. Sehr gut. Und jetzt schon wieder Musik. Fuck. So, Protektor-Steuerung. Abschalten. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Persönliche Intramail schon wieder. Heute betreten wir Neuland. Okay, das kennen wir schon. Dann hier das. Den Kobo-Roll überzogen. Das ist eine dunkle Kammer. Der Raum ist feucht. Okay, sorry. Ich werde das mal ganz kurz hier einfach nur einblenden, dass wir hier weitermachen können. Weil ich will jetzt, äh, ja. Gucken, was in dem Safe ist und wissen, was hier noch passiert. Ich will ihn nämlich nicht auf die Fresse kriegen. Also, kriegen wir wahrscheinlich, aber ja. So, das war's aber, oder? Das müsste eigentlich alles gewesen sein. Außer hier neben vielleicht noch. Ja, das war's. Ich weiß jetzt nicht, warum die Musik hier noch rummacht. Aber mir soll's, mir soll's recht sein. Was ist mit dir? Wir sind hier raus, oder? Was sagt denn der Auftrag? Auftrag sagt, eliminiere die Sicherheitseinheit auf der Reaktorebene. Okay, das werden wir machen. Ziemlichweise, wir werden das weitermachen im nächsten Part. Denn hier müsste ich mal einen Schnitt machen, mein Elin-Zugucker. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann machen wir alle Gegner platt. Bis dann, haut rein. Und danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Tschöö.